... Musik ... Und damit herzlich willkommen zu einer neuen kleinen Wurstandsmitfahrt von Magdeburg nach Bernburg. Viel Spaß dabei! Begegnung! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Wunderschönes Wetter heute, es kommt vielleicht auf der Kamera nicht so rüber, aber es ist extrem neblig, selbst für tagsüber, also ich würde sagen Sichtweite vielleicht 200 Meter. Maus stehe in Fahrtrichtung links. Wunderschönes Wetter Wunderschönes Wetter Niebel und Regen, besseres Wetter geht nicht. Der Kollege hat gut vorgeheizt, mein Gott ist mir warm. Wunderschönes Wetter Für alle die sich fragen, warum fahre ich jetzt hier, weil ich kann hier 140 fahren, das mache ich aber nicht. Weil wir absolut im Plan sind und wenn ich jetzt die 140 ausfahren würde, dann würde ich an jedem Signal wahrscheinlich stehen bleiben müssen, weil der Fahren ist dann nicht schnell genug, wenn ihr die Fahrstraße legt, beziehungsweise an allen Haltepunken bin ich dann zu früh da und muss ewig stehen bleiben, bis die Abfahrzeit da ist. Wunderschönes Wetter Wunderschönes Wetter Wunderschönt Wunderschönt Das vorherige Unternehmen, was diese Strecken Richtung Bernburg betrieben hat, war die Deutsche Bahn, ich glaube die Hex hatte auch was gemacht, aber zum größten Teil war es die Deutsche Bahn, die hatten glaube ich die Baureihe 622 im Einsatz, diese Fahrzeuge durften maximal noch 120 km fahren, das war halt die Höchstgeschwindigkeit, meine ist jetzt auch nicht langsam, aber ja. Sollte. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Der war aber nicht auf meine Zugnummer, das war wahrscheinlich ein Güterzug Nächster Halt, Schönebeck, Ausstieg in Fahrtrichtung links Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020